Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kommt der wohl kleinste Adventskalender, den man dieses Jahr kaufen kann, auf den Plan, beziehungsweise wir gucken mal, was uns noch so kommt, denn ich habe hier den Maybelline Adventskranz. Also wenn ihr zusammen mit mir erfahren wollt, was sich hier drin verbirgt, dann holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Maybelline New York Merry Christmas Adventskranz mit 5 Produktüberraschungen für jeden Advent und Weihnachten kann man bei Flaconi kaufen, der kostet ungefähr 14,50 Euro und ja, ich war einfach neugierig und deswegen habe ich ihn bestellt, so schaut der Auswand nahm, genau, den kann man hier einfach rausnehmen und dann hat man, und das feiere ich hart, Schächtelchen. Oh, man kann es auch so aufstellen und das ist halt für die, die nicht unbedingt jeden Tag ein Kläppchen aufmachen wollen, denn, ne, manchmal vergisst man das auch mal oder diejenigen, die sagen, ich möchte nicht jeden Tag ein neues Produkt haben, sondern ich möchte es an den Adventssonntagen und an Weihnachten haben und ja, deswegen, das finde ich eigentlich ganz cool von der Idee her und ja, vielleicht einfach mal eine Überlegung wert, man kann ihn sich so einfach hinstellen, der hat hier hinten auch so einen Hinsteller, was ich echt schön finde, man kann das toll weiterverwenden und ja, ich werde sowas auch weiterverwenden, denn das finde ich immer sehr praktisch, wenn solche Produkte in Schächtelchen kommen. Genau, so, es gibt in diesem Video auch was zu gewinnen und zwar habe ich gekauft das Essence Tentacle Spectacle Brush Set, das ist dieses hier. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox, schau da gerne einfach mal vorbei. Du solltest auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein, das bist du entweder schon oder du wirst es hier unten und ja, da würde ich mich mega drüber freuen, wenn die Community hier ein bisschen wächst. Genau, so, jetzt schauen wir uns aber den Adventskalender an. Wie gesagt, ich finde den optisch sehr schön, ich finde es sehr schlicht, sehr angenehm. Du hast hier hinten dann so ein bisschen die Manhattan Skyline, äh, doch, Manhattan, ne? New York Skyline, mhm, die New York Skyline, ich weiß nicht, in welchem Stadtteil sich das befindet. Genau, so, und dann starten wir hier am ersten Advent und hier steht schon drauf, let the magic begin. Dann lassen wir die Magoo mal beginnen. Bin auch gespannt, ob Maybelline noch weitere Adventskalender rausbringen wird. Und dann steht hier hinten auch noch drauf, but first lipstick. Okay. Oh, guck mal, das ist auch schön eingepackt. Beziehungsweise, das ist nicht so hin und her, raschelt. Und da haben wir eine schöne Farbe drin. Wow. Guck mal, das ist auch, der gefällt mir tatsächlich optisch schon mal, das ist so matt. Ähm, die Nummer 10, Nocturnal, Nocturnal, Nocturnal Rose. Powder matt, ultra matt. Ah, matt ist jetzt eigentlich nicht unbedingt meine Lieblingskonstellation bei Lippenprodukten. Bin eher der Glossy-Träger, wie man sieht. Der sieht aber richtig, richtig schön aus. Das ist ein schöner Mauve-Ton. Ich werde den jetzt auch nicht swatchen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den behalten werde. Ich habe einige Mauve-Töne und matt brauche ich eigentlich nicht, ne? Ich muss aber gestehen, dass ich das sehr gut finde, dass hier ein Mauve-Ton drin ist, weil das durchaus tragbar ist und man den auch auf jeden Fall häufiger tragen kann, als einen knallroten Lippenstift. Also, deswegen schon mal von mir, Daumen nach oben. Oh, guck mal, das wusste ich gar nicht. Nikolaus fällt wohl dieses Jahr auf den zweiten Advent. Dear Santa, please leave presents here. Das steht hier so drauf. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ist da ein Highlighter drin? Oder was ist das? Oh, nee, Leute, besser. Neben ein bisschen Füllmaterial haben wir hier eine The City Mini-Palette. Und das ist die Farbe Diamond District 540. Ich glaube, allein so eine Palette kostet doch auch schon fast 10 Euro, oder? Ich weiß nicht, wenn man die unreduziert kauft. Finde ich cool. Also, da ist nur ein einziger Schimmerton drin, aber man kann die sich mal auf jeden Fall angucken. Komm, wir machen die jetzt mal auf. Finde ich übrigens richtig geil, dass die zu Nikolaus dann auch so was Nettes mit reinpacken, ne? Das ist nicht bei jedem Adventskalender der Fall. So schaut dann die Palette aus. Und dann swatchen wir die Töne mal. Ich finde es cool, dass hier auch so ein Petrolton mit drin ist, auch wenn es matt ist, ne? Aber der ist schön pigmentiert. Also, bei meinem Fullface Maybelline, als ich die City-Palette, die New York City, nein, Nudes of New York getestet habe, und die dann auch gegen die Soft Glam mal gestellt habe, Leute, guckt euch das Video auf jeden Fall mal an. Da hat Maybelline echt gute Qualitäten. Ich nehme jetzt auch nur vier Töne, komm. Mehr passen jetzt gerade nicht auf meine Finger. Die swatchen wir mal hier. Wow, der Petrolton ist ja schön. Dann haben wir hier diesen unfassbar tollen Schimmerton daneben. Oh Mann, oh Mann. Dann so ein Taubton und ein dunkles, bräunliches Weinrot. Also das sind schöne Töne, die nicht nur zu Weihnachten klasse aussehen können. Richtig, richtig cool. Werde ich auch mal auf jeden Fall mit euch zusammen schminken. Doch, das ist nett. So, das war schon der zweite Advent. Gehen wir weiter zum dritten Advent. Leave a little sparkle wherever you go. To glam, to give a damn. Okay, und hier hinten ist tatsächlich auch ein Nagellack abgebildet, deswegen gehe ich davon aus, dass sich hier drin auch ein Nagellack befinden wird. Oh mein Gott, ist das eine schöne Farbe. Aber das ist Colorshow Smoky, nee, Smoked Roses. Das ist dieser hier. In der Farbe 547 Flammed Rose. Mega schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe, Leute. Das sieht echt toll aus. Komm, ich mache den mir jetzt einfach mal hier auf den... Ich habe natürlich jetzt Essie Ballet Slippers drauf. Das ist jetzt ein bisschen nicht ganz so repräsentativ, wenn ich den so drüber mache. Aber immerhin gebe ich mir den einfach mal so ganz grobmotorisch drüber. Oh, schöne Farbe. Und das ist, ja gut, ne, eine typische Weihnachtsfarbe jetzt auch. Aber schön. Richtig, richtig klasse. Doch, ist halt auch nicht dieses klassische Rot, ne, sondern so schimmernd und ich mag den. Der ist klasse. Mensch, Maybelline. Okay, dann gehen wir mal zu der Nummer 4. Under the mistletoe, seven more days to Xmas. Okay, dann geht es dann in sieben Tagen nach Weihnachten, zu Weihnachten. Let your heart shine through your smile. Okay, da ist dann wieder ein Lippenprodukt drin, offensichtlich. Lass dein Herz durch dein Lächeln strahlen, scheinen. Okay, Color Drama by Color Show in der Farbe 310. Very much. Das scheint mir dann so ein Lippenstiftstift zu sein. Intense Velvet Lip Crayon. Samtick matter Lippenmaler. Steht hier drauf. Oh, Behrentöne mag ich unfassbar gerne. Okay, das ist so ein Holzstift zum Anspitzen. Das ist bestimmt wie so eine Art Lip Liner. Oh, ist der schön. Nee, der ist wirklich samtig matt. Man denkt erst, oh mein Gott, der ist bestimmt total hart. Aber nein, der ist mega schön. Das ist auch voll meine Farbe. Ich mag solche dunkelrot, dunkelbeerigen Töne auch richtig, richtig gerne. Mega. Und der passt dann auch zu dem Nagellack und zu der Lidschattenpalette. Also das ist wirklich sehr toll aufeinander abgestimmt. Da hat sich jemand wirklich mal was überlegt, als er den Adventskalender erstellt hat. Das gefällt mir echt gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem fünften Büxchen. Zu Christmas Eve. Das ist quasi das, ja, extra Boxending. Merry Xmas Babylain. It's Lash O'Clock. Dream with your eyes wide open. Leute, ich glaube, du kannst hier mit einem kompletten Loch schminken, ne? Hätte ich mich vorher nicht geschminkt, hätte ich das jetzt während des Videos locker machen können. Das ist ja toll. Schön. Und hier ist die Mascara drin von Maybelline Yade. The Colossal Volume Express Mascara. Das ist großartig. Kolossales Volumen mit Sofort-Effekt. Kein Verklumpen. Und das ist halt der Klassiker, ne? Diese gelbe Mascara mit dieser lila Schrift. Ich finde, das ist irgendwie schon, die siehst du auch in jeder Werbung. Wahnsinnig cool. Ja, es ist halt so ein Kunsthaarbürstchen, was so ein Oschi von Bürstchen hat. Mag ich gerne. Mmh, ja. Riecht nach der typischen Mascara-Geschichte. Mega geil. Also du hast hier wirklich eine Mascara drin. Du hast hier einen Lippenstift mit drin. Du hast einen Lippenstift-Stift mit drin. Du hast einen Nagellack mit drin. Und du hast eine richtig coole Lidschattenpalette, die meiner Meinung nach auch qualitativ echt, echt was drauf haben wird. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Und ich muss sagen, ich kann diesen Adventskalender, Adventskranz auf jeden Fall empfehlen, weil er sein Geld wert sein wird. Wie gesagt, 14,51 Euro oder 57 habe ich dafür bezahlt. Und ich blende euch auch mal ein, was dieses Produkt tatsächlich jetzt auch wert ist. Also vom Inhalt her. Du hast hier fünf Full-Size-Produkte von den Klassikern von Maybelline drin. Und es hat mir richtig gut gefallen. Ich kann es mir am Herzen empfehlen. Und würde einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Adventskalender von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!